Mir ist einfach wichtig, dass das, was ich mache, Spass macht und ein selbstbestimmtes Leben ist für mich Freiheit und das ist mir unendlich wichtig. Die Beteiligung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe sehr starke Kindheitserinnerungen an den Weihnachtskatalog. Ich weiss nicht, ob ich ihn auswendig konnte, aber er hat mich begleitet und ich habe ihn immer und immer wieder angeschaut. Meine Wunschliste an Weihnachten war sehr lange. Weil Franz Kalweber so eine lange Tradition hat, kennt ihn auch jeder. Das ist der Inbegriff des Fachhandels für Spielzeuge. Und jeder, der eine Beratung für Spielzeuge haben möchte, eine grosse Auswahl haben, das Spielzeug einpacken lassen, der weiss, dass es Franz Kalweber rüberkommt. Unternehmerische Verantwortung bedeutet für mich, dass man etwas Nachhaltiges macht, dass man nicht auf den kurzfristigen Erfolg oder auf Geld beschränkt ist, sondern dass man etwas investiert. Unsere Perspektive ist zehn Jahre und mehr. Und wir haben die Zukunft von Franz Kalweber im Auge und nicht unser Finanzinvestment. Wir haben eine neue Pensionskasselösung gebraucht und haben am Markt eine grosse Ausschreibung gemacht. SwissLife hat für uns das attraktivste und beste Angebot gemacht. Und auch unsere beständige Tradition verbindet. Und das ist auch eine Ansage, dass wir jetzt zusammen in die Zukunft gehen. Das ist eine Ansage, dass wir jetzt zusammen in die Zukunft gehen.